Musik Hallo, Higgy? Mhm. Ja, Miss Osborne? Mr. Messer ist eben eingetroffen. Sein Fahrer Finch wartet unten im Wagen. Hm, gut. Sollte sich Inspektor Warren melden, dann sagen Sie ihm, dass Sie mir jetzt das Geländer ein bisschen näher anschauen. Ende. Grüßen Sie, Miss Benton. Ende. Wow! Wow! Hör zu, mein Engel. Wenn ich das finde, was ich da drin suche, dann kannst du einen Termin am Standesamt beantragen. Okay, Darling, ich nehm dich beim Wort. ver. Hey. 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 Untertitelung. BR 2018 Hey, hallo, Inspektor. Was ist denn? Das ist eine Lage, in der ich Sie sehr ungern sehe. Mir macht das Spaß. Aha. Haben Sie mich zusammengeschlagen? Sie wohl nicht. Kommen Sie, ich halte ihn. Der Kerl hatte eine schwarze Hose und schwarze Schuhe an. So. Wie kommen Sie überhaupt hierher? Ach, das ist... Das ist nur mein Interesse für den Hexer. Sie wissen doch, ich schreibe. Und da interessiere ich mich natürlich für diesen Fall ganz besonders. Die Zeitungen sind ja voll von Cora N., Mr. Messer und seiner toten Sekretärin. Und da dachte ich so für mich, sieh dir doch das Haus mal an. Na ja, und das tat ich und kam gerade noch zur rechten Zeit. Wollen Sie? Nein, danke. Schade. Ich auch nicht. Das ist aber noch lange kein Grund, hier einzudringen. Ja, ich weiß, ich weiß, Inspektor. Hausfriedensbruch. Und deshalb werde ich mich auch sofort zurückziehen. Äh, Mr. Westby? Nein, nein, nein. Ich möchte nicht, dass Sie mich deswegen noch festnehmen müssen. Wiedersehen, Inspektor. Was heißt hier festnehmen? Ich will wissen, wie Sie hier reingekommen sind. Nichts. Fallschirm, aber... Hallo? Miss Alice, hier ist Warren. Willigen Sie in die Glosterroth, Haus 77 und klingen Sie bei Miller. Aber ich kann nicht, Mr. Warren. Herr G. ist... Ich weiß. Dann bringen Sie ruhig mit. Papa. Willkommen. Miss Pempten, da sind Sie ja schon. Warren! Was machen Sie denn hier? Ich habe mir hier das Zimmer gebetet. Hat Sie nicht sehr fein benommen, der Priester, was? Das war ein Schlag, den lernt man nicht in der Kirche. Woher wissen Sie denn das? Kommen Sie mal her. Na? Tja, haben Sie den Mann erkannt? Ich hatte ihn im Visier. Aber da kam der andere dazwischen. Wer ist das eigentlich? Gewisser Westby aus Sydney. Schriftsteller. Könnte aber genauso gut der Hexer sein. Vielleicht. Warum nicht? Ich finde, wir kommen ganz gut voran. Sagen Sie Warren, wie sind Sie eigentlich auf den Gedanken gekommen, sich ausgerechnet hier auf die Lauer zu legen? Ha, das ist wahrscheinlich das Alter. Man wird bequem. Übrigens, das Rohr da drüben, was haben Sie da gehört? Rauschen von Wasser. Was halten Sie davon? Was ich davon halte? Kanalisation? Mhm, Kanalisation. ... Auch... Wie war es denn?